So und tach, gleich willkommen liebe Leute, wir machen heute gegen Carlo Perico Überfall auf Lob noch natürlich liebe Leute, mit Eliach Und ja, ihr könnt ja mal ihm geilen Kickcock-Kanal auch checken Leute, hab ich unten in der Videobeschreibung verlinkt Und könnt ihm mal folgen bei Kickcock So, ich wollte mal gerne, wir gehen ja auch mal alles ein, das U-Boot nehmen wir auch angefahren heute natürlich Leute So, Komm abhauen, geil, komm rein, nehmen wir natürlich durch Komm einmal, dann mache ich in Kugel, 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 so, so, vorbeigecken Kugel So, kann man hier noch U-Boot kommt abhauen Gang machen wir natürlich noch, wachen wir lieber ein Nacht oder Kugel Nacht Aber auch, manchmal wär auch noch ein Nacht So so sein muss ich noch kann ich nicht kaufen agg und teilgämpfer ok haben bekommen wir haben kein gelb für die waffen amt und teilgämpfer geil wo ich eigentlich kaufen das mache ich gleich mit dem geld die helfer ihr aber auch genicht leute die leute ihr euch hier nicht kaufen gegen kokale geld verpfänden und die helfen euch gar nicht das könnt ihr nicht machen das unnötig da frage ich nur euer geld und fängt auch so geht bei euch eigentlich nicht kann ich dir google meister an teil geben kein problem so gehen mal auf go gehen mal los so doch gegen hast du noch einfach gegangen okay habe ich auch so jetzt kommt gleich eine lage bekommen wie immer ja wie immer leute wie immer schönes wasser oder wunderschön nach wacher wunderschön das wache ist ja wunderschön so gar das schöne u-burg leute jetzt müssen wir natürlich von kongel hinkaufen und gegen kongel durch den kongel müssen wir natürlich durch so hier sind überall sehen wir da müssen wir nämlich dann vorbei leute ganz vorricht ich habe ich auch mal es wäre ja gegen fünf fünf geringer erlebt man ja nicht mehr nur wo ich bin dagegen geformt nix ist passiert ok so jetzt klar wird der bieger gekriegt jetzt ist er genau gut nach sich wie nach der leute er genau gut nach sich Aber nicht wie Geldgeile Nein, Geldgeile nicht, aber GONG Es ist ein Affe Es ist ein Affe Ja So, gehen wir gleich bei den Kungl So, wir machen mal wieder auf Das war mir eigentlich nicht so hart Bunga Baa Ja Schlag die ganze Zeit mit den Schlafringen gegen den Gitter So, gehen wir mal aufmachen Gar noch aufmachen Hier noch Gucken wir mal rein Gucken wir mal ruhig ruhig in Kungl So, wenn wir oben gehen, guck mal, können wir noch die auch schalten Ich bin ich mit dem Handtattoo Gucken wir mal auf hier Auf dem Bunker Ich verstehe das auch nicht, da ist eine Leiter Ja Man ist unter Wasser Wieso? Keine Ahnung Okay So, jetzt laut noch Jetzt kann ich mich noch nicht schön laut noch auch Nun Wunderbar 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 so ein lautloch leute so ungebar fachke noch ein video vorbereitung haben wollt leute kann ich auch noch ein video machen fachke haben wollt die ecke vorbereitung machen muss am weg nicht häufiger auch noch im video haben wollt so einer der besten wege ist hier unten ist am besten ja dann kommt man nämlich gefolgt hier rein und man muss nur einmal hacken ja mein kollege hackt das also wenn ihr nicht gut hacken könnt nehmt euch jemand mit der gut hacken kann das ist wichtig Leute dass ihr jemand dabei habt der gut hacken kann wenn ihr es selber nicht könnt so gehen wir los dann mach mal auf wunderbar die halskecke haben wir leute wunderschöne halskecke so so aufgacht ging auch geholt die halskecke bin eine millionen leute und dann gehen wir noch mal hoch und holen uns den personen die karten ja die karten holen wir natürlich natürlich wir mal die karten auch nicht da nicht die karten die karten die karten die karten die karten die karten da unten ok da bin ich So Ja die kark aber auch mal noch genau genau Unge die karker bringt das nicht viel Die karker muss man noch holen Ungerbar Aber Ja Genf ankegore genau Das bilden mitnehmen Ich denke mal nicht lohnt ich nicht Das bild lohnt ich nicht Bis wir noch ein paar leute töten Ja Es ist keine kreditfahrt da Ja wir brauchen unbedingt Geekhack Geekhack genau Ja genau Versuch jetzt nochmal Wir können auch Geld von Konko abbuchen Ja Ne wir brauchen die karker Geekhack Mal gucken wer die hat Niemand woanders dank Ich weiß ich folge dir Ja Richtig ist Leute Bleibt immer kugam Wenn ihr das Klima am weiten guckt Immer kugam beim Leute Ja das ist kacke Geekhack 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 Ja Leute Bagen nochmal umgeworfen Ich koche kein laut Mach mal doch auf laut Geekhack Mierda Mierda Ich koche Dann mach mal Überfaller auf laut Leuke Mal gucken Leuke Man geht Leuke manchmal kann der Wagen auch schief laufen Manchmal funktioniert es so wie in der Chicago Manchmal nicht Aber ich habe mir ja gar kein Problem gehabt. so ist die leute man kann immer tief laufen und ein mochen doch auf laut den überfall machen so gehen wir töten die leute so dann muss ich heilen oder wach ja okay ja normal so jetzt kann man alle karten dann holen wir mal so so wir müssen zusammenbücher wunderbar durch eingammeln und gucke schützt oder wie ist das das muss ich überleben wir hatten ja noch ein team neben gehabt das ist ja gut wo bist du gern da hinten wo ich erwarten wo er wach so wunderbar wir machen biker machen wir auch einfach nicht ich doch nicht doch weg wenn man da muss gut gelb ein oder wach bist du ein gammeln ich bin voll Hier liegt noch wach, Goldbahn Ich bin schistig So, wenn wir gehen Hach noch volles Leben alles Wunderbar Hi, jetzt gehe ich nochmal Gut, bist du voll? Kannst du noch einfach ein Geld einsammeln, ich bin voll Okay Gaggenau, ich gehe gar kein Gaggenau Ich muss mich mal heilen Wichtig, Leute, immer Heilung mitnehmen Dass ihr euch heilen könnt So, genau Ich habe mich ja noch einmal in Frank gesehen Ich nach innen rein Ich bin sehr angst Okay So Bist du voll? Oh ja, immer noch nicht So So Wach, agg Kommt nicht So Hach nicht mehr viel Leben oder wach wir machen gut geld auch kommen auffangen da ist einer die man ja mal klicken Ich habe es nicht mitbekommen, weil der Gehr war einer, der Hintergehr eben. Du bist gar nicht vorbeigelaufen. Das war nicht gut, okay. Dann gammeln wir mal ein. Ich muss ja mal heilen. Jetzt bist du aber voll, oder? Ich habe es nicht. Noch einer. Jetzt ist alles gut. Jetzt ist alles gut. Komm mal abhauen. Ich habe den Abstand auch. Ich brauche mal gerade. Komm mal. Da vorne ist doch auch gekommen. muss noch mal heilen komm hier heil dich hier in Gagung so wir haben es wir haben es geschafft so wir machen auch hier dann haben wir es keine ahnung komplett verkackt so gehen wir mal ab hier hinten lang genau ich habe auch meine Macht dabei so Leute wir können euch jetzt noch einen Weg wo ihr Glück abhauen könnt einfach hier hinten lang so Leute ihr könnt ihr Glück abhauen das könnt ihr aber nur machen wenn ihr das U-Book verwendet dann könnt ihr das nicht machen anders auch so machen ja aber man hat Kaucheranzug dabei das ist ein Vorteil mit Kaucheranzug ist es besser Leute es ist einfacher weil falls ihr jetzt kein Bokko bekommt könnt ihr auch wegkaufen und ich bin dann auf dem Bokko warten das müssen wir ja nicht okay wir haben Bok wir haben Glück gehabt Leute wir haben Bok so wegkaufen und dann müssen wir einfach nur von hier irgendwie abhauen Leute und dann haben wir es kaum geschafft richtig Leute gucken dass hier kein Leben verliert und dann gehen wir gleich noch einfach mal ein Geld bekommen so einfach geht das leute mit gegenüber fallen so einfach mal gerade auch von jo und wir haben es geschafft leute wir haben es geschafft jetzt geht er gleich noch was man geld bekommen alkohol verkackt kann man ja nicht wir haben ja gegenüber frei geschafft du wirst ja nur einmal verreckt und das kann ja mal vorkommen also einmal verrecken guck es kann ja vorkommen das gab es nicht vorkommen aber kann vorkommen ich leide gar nicht alles nach bahn gelaufen bei gegenüber frei aber das kann auch vorkommen leute das war ja beim ersten überfall auch vorkommen aber in ersten überfall machen burg ist denke ich mal genau so vorkommen das nicht alles nach bahn läuft gehe ich mal von auch das kann nicht alles nach bahn laufen so dann geht ihr gleich noch mal mein kollege bekommen hat er wollte ja gleich noch mal alles aufgelöstet da geht er noch mal was jäger bekommen hat an geld verhalten unauffällig und halb auffällig also wir gar das war laut gewesen macht wir hier gemacht kam der überfall war auf laut liebe leute das war laut wenn jemand laut luch haben wollt das bereich wir machen wir einfach noch laut luch die ich mal wach laut liebe leute weil ich lege aber schief gelaufen leute das kann vorkommen dass man auch schief läuft und gegen bord ist natürlich auch ein laiger überfall komm bitte kommen die klingel von dieser heilige nach wach und die pinnig da kommt so ein geiles lied das finde ich wirklich lieb lieb in klinik genau eine leidings geben wieder mal nach der heil So, jetzt kommt das schöne BILG wieder, das weiche BILG, wie immer Leute, wir wissen es ja, die Lage zeigen in GKR kaum begonnen ganz lange, das wisst ja ja alle immer, das kaum immer begonnen ganz lange in GKR. Bei mir ist es ja noch ein weiches BILG, aber es kommt gleich. So, da sind wir beide Leute, da geht ihr uns beide und da geht ihr nochmal aufgelöstet, was jeder bekommen hat an Geld, was er bekommen hat, was ich bekommen habe und er braucht keine Kommission, deshalb habe ich ihm die meisten Ankei gegeben Leute. Also mag euch das, wenn euer Freund euer Geld braucht, gebt ihm die meisten Ankei und nehmt das nicht für euch selber, wenn ihr das Geld habt, braucht ihr es nicht für euch selber nehmen Leute, dann gebt lieber euren Freund mehr Ankei. Wenn ihr selber nicht Geld braucht, wenn ihr habt genug Geld im GKR, dann braucht ihr eurem Freund, gebt eurem Freund mehr Ankei, weil wenn er es mehr braucht, hat er mehr davon. Ich finde eher unnötig, dass Geld nehmt und ihr braucht es gar nicht. So, gehen bei euch mal an. Danke für die Zukunft Leute. Danke für die Zukunft, wir gehen uns wieder beim nächsten Mal. So, jetzt kannst du noch ein paar Worte. Ciao. Das finde ich echt nicht. Ein paar nette Worte noch. Oder acht genug mehr zu gehen. Ich finde euch alle toll. Gut. Gut. Leute, das war auch gern. Ich war gern. Bis zum nächsten Mal. Das war laut gewesen. Kein Perico Überfall. Bis dahin. Ciao, ciao. Wow, wow.